Bühnen, Ton und Lichttechnik sind mitunter die wichtigsten Bestandteile einer Veranstaltung. Das richtige Technikequipment vor Ort zum Einsatz zu bringen, dieser Aufgabe widmet sich die Firma Andreas Gimler Eventservice aus Altenglan seit nunmehr 10 Jahren. Zusammen mit den verschiedensten Kunden finden wir seit Jahren passende Lösungen und Komplettkonzepte für die verschiedensten Anwendungen. Was im Herbst 2006 im ganz kleinen Rahmen begann, hat sich über die Jahre zu einer festen Größe im Kreis Kusel und darüber hinaus etabliert. Ob bei Privatparty, Firmen-Event, Konzert, Volksfest oder Festival, das Team von AG Eventservice holt täglich aufs Neue aus dem eingesetzten Material das Optimum. Die Fäden laufen jedoch immer wieder bei einer Person zusammen. Geschäftsführer Andreas Gimler, geradlinig, schnörkelfrei und auf den Punkt. So führt er Veranstaltung um Veranstaltung durch, ohne in eine gewisse Routine oder besser gesagt Eintönigkeit zu verfallen. Jede Veranstaltung ist nun mal anders. Pauschallösungen gibt es nicht. Die Größe der Veranstaltung ist bei meiner Arbeit überhaupt nicht entscheidend. Das heißt, egal ob 20.000 oder 20.000 Besucher, die Herausforderungen sind, bei jedem Event aufs Neue einzustufen, um entsprechend zu reagieren. Nicht nur Bühnenbau sowie Technik stehen auf dem Portfolio des alten Kleiner Unternehmens. Andreas Gimler übernimmt auch gerne mehr Verantwortung und betreut diverse Veranstaltungen als Technischer oder Produktionsleiter. So wird ein reibungsloser Produktionsablauf hergestellt, überwacht und die nötige Koordination sichergestellt. So reihen sich etliche Großveranstaltungen in die Kundenempfehlungen ein und bestätigen auch die Zufriedenheit. Auch wir vom Landesfeuerwehrverband können uns wieder auf eine richtig schöne Zusammenarbeit mit der Firma Gimler freuen. Das ist ein kompetentes Team, was uns hier immer betreut. Von der erwarte er, danken und wünschen wir alles Gute für das Jubiläum. Wir der AStra der TU Kaiserslautern freuen uns dieses Jahr wieder mit Andreas Gimler zusammenzuarbeiten. Nur mit ihm als technischer Leiter ist es möglich, mit studentischen Kräften ein Festival mit über 10.000 Besuchern zu stemmen. Ich bin hier zuständig beim Astra Sommerfest für die Security. Ein Kollege macht Ton und Licht und demnächst haben wir ein Projekt zusammen in Pfeffelbach. Genau, das nächste Projekt. Und da werden wir dann auch wieder zusammenarbeiten und hoffen, dass da ein paar Leute hinkommen. On the Road zählt es stetig, den immer größer werdenden Anforderungen der Künstler gerecht zu werden und auf individuelle Ansprüche einzugehen. Erfahrungen mit und von Künstlern haben sich über die Jahre angehäuft, sodass sich die Referenzen sehen lassen können. Besondere, ausgefallene und große Veranstaltungen stehen immer wieder im Mittelpunkt und drücken dem Unternehmen einen entsprechenden Stempel auf. Natürlich erinnert man sich gerne an die vielen und schönen Events mit wahnsinnig tollen und eindrucksvollen Menschen. Aber genau das ist es, was unsere Arbeit ausmacht. Die sogenannten Stars und Sternchen, egal wie bekannt sie auch sind, ins richtige Licht zu rücken. Das gibt Kraft, um immer weiter nach vorne zu schauen. In erster Linie ist Andreas Gimler Eventservice Dienstleister im Event- und Veranstaltungsbereich und betreut die Kunden mit den entsprechenden Mitteln und Know-how. Zum zehnjährigen Firmenjubiläum lässt es sich der Geschäftsführer nicht nehmen, eine Geburtstagsparty vom Feinsten auf die Beine zu stellen. Im Rahmen des Messehofs auf der Künstler Herbstmesse präsentieren wir am Messe Sonntag ein Jubiläumskonzert, bei dem Kunden, Geschäftspartner, Mitarbeiter und Freunde recht herzlich eingeladen sind. Feste feiern, wie sie fallen. Mit einem kompetenten und fachgerechten Partner an der Seite. Dafür steht Andreas Gimler Eventservice mit Sicherheit und Stabilität auch in den nächsten Jahren.